Das Raucher hier ist hervorragend. Keine Angst, wenn ich sie umbringen wollte, hätte ich's schon getan. Was haben sie gesagt? Nicht so frech, Fatman! Ah! Was ist denn los mit ihnen? Sich mit nem Bestatter anzulegen ist kein guter... Oh, fuck! Es sind zwei. Aua! Sind wohl verrückt geworden! Legen Sie sich nicht mit mir ein! Ich bring euch unter die Erde! Na, wer ist jetzt der Blödmann? Jesus! Ich mach dich fertig! Ich mach jeden fertig, der gegen mich ist! Ah, Neukunden! Ah, nein! Oh, fuck! Nein, lass mich in Ruhe! Pff! Pff! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ja, das lieb mir am Vorrang! Pff! Pff! Scheiße! Ja, das war sein eigener Kunde! Die sind blöde Köter! Wo ist der hergekommen? Da hinten geht da! Man sieht die noch da! Ja! 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 Pff! Pff! Scheiße! Ja, so wurden aus zwei Kunden drei Kunden! Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Matic gibt! Hier gerade! Blöder Köter! Hier war... Der muss von der anderen Straßenseite kommen! Was hat der denn für ein Problem gehabt? Es waren nur diese beiden Typen! Der Dünne und der Fette! Und auf einmal kommt aus dem Nichts dieser blöde Hund! Der Amoretti! Gerade selber für zwei Kunden gesorgt! Und dann sowas! Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob...